Hey meine Leutchens! Wow, da kommt schon wieder ein Zug, hier ist ganz schön was los. Mein Name ist Kocci, wir befinden uns irgendwo im wilden Westen und haben versucht mit Bären zu jagen. Hat nicht funktioniert. Jetzt begegnen wir uns mal zur nächsten Mission. Das Tierchen ist hier zu schüchtern und taucht nicht mehr auf. Gehe ich zumindest davon aus. Deswegen, hier packe ich hier mal die Bogen hin und wir gehen aber mal weiter folgen den roten Strich. Da ist noch irgendeine Mission und die machen wir jetzt mal. Das ganze machen wir noch mal später und versuchen das ganze mal zu erjagen. Dummerweise habe ich beim Angriff des Bären mein Hohn verloren. Deswegen müssen wir irgendwann noch mal einen Hohn kaufen und mal gucken ob wir einen finden. Lass mal den Bogen ausgerichtet. so quasi. Und reit mal. So. Komm, Ax, du schaffst das. Wir müssen aufpassen, dass ich wieder irgendwo tauche. Oh, zack. Voll in die Fresse bekommen. Okay. Ich glaube, mit denen ist hier nicht mehr viel los. Da kann man die mal plündern. Wir brauchen das Geld. Und alles andere. Oh, jetzt reich ich noch rüber. Warum das denn? So ein bisschen... Ah, das hätte ich mir sparen können. Oh, da war das leicht, weil wir die ausgeraubt haben. Na gut, wir müssen noch ein bisschen einiges tun, dass das Karma-Konto wieder hoch geht. Denn das hat in letzter Zeit ein bisschen gelitten und da müssen wir das nochmal ein bisschen aufbauen. Ja, mal schauen, ist das gelungen. Vorsicht, wir dürfen nicht mit jemandem zusammenstoßen. Das ist nicht gut. Oh, was ist das hier, Freunde? Ach so, da müssen wir hin. Das ist die Mission. Ach, ist der Kamera-Mensch. Also, du bist noch da? Mr. Morgan. Wie geht's dir? Indigestible, apparently. Aside from that, very well. Wie geht's der Projekt? Well, das ist Gott's Land, und ich bin seine Vertrauen. Und ich bin die Hauptmann, aber vielleicht nicht die größte, die größte, die hier bin. Ich habe versucht, um die Gründe zu holen, die wilde Hosen hier für Wochen. Nur die Böger können mich nicht mehr erinnern. Okay, mal schauen wie das uns klingt. Das ist nicht meins, sondern Lysia. Oh, einmal frei. Wir reiten mal zum Wildpferden. Oh, die sind aber weit weg. Oder? Ja, sieht sehr weit weg aus. Jetzt sind wir da. Ja. 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 Ja, geht's! Das ist es! Ich habe es! Ich habe es! Ja! Du bist ein Geist! Nein, aber ich kann einen Rennen. In meinem Leben, das macht dich ein Geist. Du bist sehr nett. Wie kommen die Fotos? Oh, fantastisch! Hier! Ich habe ein Bild von den Wolfen. Bevor sie versuchen, uns zu essen. Es ist für dich! Das ist wirklich gut. Danke! Oh, wer ist mit? Halt, wer ist da? Mal schauen, wie wir es abgeschlossen haben. Und so wie es aussieht, gibt es da keine großen Ziele dafür. Na gut. Läuft! Wusch drauf und... Ach, ich drück mich immer. Ich will mal die Karte machen und dann bin ich immer auf der Ansicht. Ah ja. Wir entfernen erstmal kurz das. Und... Hier gibt es was zum... Stall, technisch. So. Wir reiten zurück. Wir haben jetzt vier Pfeiler. Da kann ich mal ganz kurz schauen. Es gibt noch so eine Aufgabe über drei Ziele reiten. Mal schauen... Wer drüber springt. Wer drüber springt. Es waren ja drei verschiedene. Haben wir es geschafft oder nicht? Ah, okay. Keine Ahnung, wo das ist. Und... Tja. Ich glaube, das ist einer haben wir nicht entdeckt. Das ist fertig. Da mag keiner zum Essen. Die kann man noch halten. Alles anders nicht so gern gesehen. Das ist richtig. Halt, wo ist es? Oh, schlecht. Schade. Oh, warum das? Unhöflich. Unhöflich. Ach nein, ich will ihn noch plündern. Zack, weg damit. Wir wollen plündern. Oh, der brennt jetzt. Okay, so Mist, so war ich so nicht geplant. Gibt es sonst was, was man so machen kann? Oh, Halt, aber nehmen. Ist der jetzt besser? Weiß es gar nicht. Hier steht ja auch pflegen, da habe ich da vorne noch nie so gesehen. Ich drücke mal ganz kurz her. Mal schauen, was passiert. Okay. Vergrößern, zieren, reinigen, umdrehen. Wie reinigen wir das Ganze? So. Schön. Wir reiten mal weiter. Gucken wir noch ein bisschen Zeug erjagen können, ohne dass wir mal ein bisschen das eine oder andere verkaufen. Allein Moment, wir sehen da ein bisschen so verbrecherisch aus. Wir haben es wieder abgenommen. Yes. Sehr schön. Muss ich dran denken, um es auszusetzen, wenn wir irgendwas böses machen. Halt. Niii. Hier werden auch noch mal so Tiere. Hm, nicht viel los. Haben wir die Bogen jetzt? Bogen. Wo sind sie alle hin? Ach so, Mist. Oh, wie schnell es dunkel wird. Jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Dahinten kommt was angeritten. Da kommt ein Gewitter. Da oben ist ein Tier. Da ist ein Feuer. Und hier ist ein Gewitter. Oh, stopp, Verzeihung. Oh, oh. Puh. Schon wieder hell? Puh. 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 zack und drauf wir reiten mal ganz kurz in die stadt ich mal gucken ob ich ihn da verkaufen kann und wenn ja was da so rauskommt dann geld technisch klein moment das ganze liegt hier und wir wollen nach da also nach da so und los der alter sein und hier kreuzen können wir eigentlich auch den bahn schien weiter vielleicht nicht ganz so auf der schiene denn da kommt er zum anzugang gefahren und das könnte dumm ausgehen was war So, äh, ja, Hirsch nehmen. Da freut sich das Pferd. Kann ich dir jetzt hier verkloppen? Zieren verkaufen. Was habe ich denn alles? Wir haben, wir haben, das Frick 33, 44, was ist das? Äh, 82, das ist irgendein Zahn. Was ist das hier? Das kommt auch weg damit. Was wir nicht alles haben. Oh, der kriegt 4 Euro noch was. Äh, toller. Was haben wir hier alles an Gepäck? Nein, das nicht. Der, oh, das 7 Euro noch was. Da können wir nochmal zum Gemischwarenhändler gehen, das ist auch ein bisschen Zeug verkaufen. Ich glaube, der war gleich nicht weit weg. Wir wollen verkaufen. Und zwar, was ist das hier? Corn of Beef, na, das verkaufen wir nicht. Ansonsten... Ach, geht um den Steuertasten. Dafür haben wir hier. Dreimal verkaufe ich nicht, aber zweimal. Was ist das hier? Schokolade. Oh, die haben zwei. Achso, weil wir zwei verkaufen. Wie viel kann ich davon nehmen? Drei verkaufen wir auch mal eine. Wenn wir da noch ein bisschen Zeug finden. Haben wir erstmal einen Kauft-Kaffee. Oh. Wie viel haben wir davon? Drei. Was haben wir hier? Waffen, das behalten wir. Waffen, das ist gut. Waffen, das ist gut. Oh, jetzt habe ich glaube ich zu viel verkauft. Wollte ich gar nicht. Okay. Oh. Oh, das hätte ich auch behalten sollen. Ich schaue mal kurz weiter, was ich hier noch so verkaufen kann. Nein, nicht alles. Der Rest mag er nicht. Und das will er auch nicht haben. Das wieder mal ein bisschen zu Geld. Moment, was verkauft er denn alles? So, Munition, Zugehör, Pflegekleidung. Zack, sind wir dreckig. Outfits, Kaufbedeckung. Was kostet denn so ein Hut? Zehner, Zwölfer. Plättern, ach so, muss ich. Falsche Taste. Oh, Gott. Kann ja richtig teuer werden. Unter dem Mantel. Oh. So, wir kaufen erst mal nichts weiter. So, wir haben einen Spar und uns das Geld. Muss, 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 muss. Ich muss heute nichts mitnehmen. Gucken wir mal ganz kurz zum Waffenladen. Wir kaufen da noch die restlichen kleinen Scheiß, den wir haben. Oh, das ist jetzt zu. Kannst du dir auch zu sein? Wer jetzt? Erlaubt uns voll? Ach, da drüben. Oh, okay. Oh, dann warten wir mal kurz so bis zum Morgen und gehen nochmal ganz kurz rein und schauen mal was wir uns dann kaufen. Feines Hoch, ich bin so aufgeregt. So, haben wir gewartet, wir stehen hier drüben. Hallo. So, zack. Da war ich aber sehr anpassen. Okay, und wir wollen mit dem Katalog durchblättern und halten fest, dass ich hier nichts verkaufen kann. Okay. Im Besitz. Im Besitz. Okay. Was kann ich mir aussuchen? Hammer. Im Besitz. Das könnte ich nehmen zum Beispiel. Das haben wir. Das geht auch nicht. Das haben wir auch schon im Besitz. Das ist ausverkauft. Was haben wir hier noch? Viele, viele andere Munitionsarten. Pfeiler. Okay. Dann holen wir uns bestimmt sowas hier. Was haben wir denn? Irgendwas Teures. Wenn es schon mal umsonst ist. Geht's weiter? Nein, geht nicht weiter. Was bist du hier? Äh, stopp. Wo bin ich? Ach. Was ist das hier? Hier? Für Revolver und Pistolen dauert 50. Ich bin dafür ganz einfach deswegen, weil das sehr teuer ist. Okay, ja. Hammer. Sehr schön. Okay. Also auch noch ein bisschen viel Platz und kann noch ein bisschen was mit kaufen, aber das ist schon mal nicht schlecht. Okay. An dieser Stelle bedanke ich erst mal fürs Zuschauen und ja, wir gehen das nächste Mal dahin. Also, vielen lieben Dank. Du möchtest gerne das nächste Mal dabei sein. Und... Okay, dann halt nicht. Okay, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und es hat mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Gerne kommentieren, abonnieren und ganz viele Däumchen hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Bye.